Ich bin hier, um hier zu sagen, dass sie den höchsten Schmerz war, zu kommen. Ich bin hier, um hier zu sagen, dass meine Schwester große Träume hatte. Ich bin hier, um hier zu sagen, dass meine Schwester sehr bescheid macht. Sie sehen sich, genau wie ich, eines Tages den Wind in ihren Haaren zu spüren. Und genau wie ich, liebte sich Gedichte von Uruf, Uruf Barochzahn, eine herzliche Siegerin, und sehnte sich nach Freiheit und Gleichberechtigung. Sie sehnte sich, eines Tages mit erhobenem Haub sagen zu können, ich bin eine Iranerin. Sie sehnte sich, eines Tages, wie ich in einem Mann mit unhaltlicher Habe verliebt, eine Tochter zu bekommen, an ihrem Gitterbett Schlaflieder zu singen oder ihre lange Haare zu flechten. Meine Schwester starb, weil sie nicht wie ein Mensch leben dürfte. Meine Schwester starb, weil ich Ungerechtigkeit kein Ende hatte. Meine Schwester starb, weil sie das Leben so liebte. Und meine Schwester starb, weil sie liebevoll um das Wohl ihrer Schwester zu besorgen hat. Alle unsere Brüder und Schwester sind aus. Ihr seid nicht allein. afraidnlich. Engel ich, Dino, Gat час, r잖아. Und tacht PAC epoch, der Hund wird fennend sein. BekMay. Re restricted425- Stunde? puestoZimmer? In Dino auch wieder!